Hallo, herzlich Willkommen bei uns in Fahrzeugtechnik. Mein Name ist Oliver Bauer und ich stelle Ihnen jetzt den neuen Facelift AS 2020 vor. Bei der Überarbeitung unserer AS-Serie wurde das Außenrahmenprofil komplett überarbeitet. Das verzinkte Stahlprofil ist jetzt zusätzlich in einem edlen schwarz-grau gepulvert. Es wurden auf die großzügigen Aussparungen verzichtet, sodass wir mehr Stabilität an den Rahmenprofilen haben und durch eine Ergänzung von 8 bis 10 Zuringen in den Seiten bzw. an der Stirnwand wurde auch die Ladungssicherung modifiziert und entsprechend verbessert. Sollte das nicht genügen, sind entsprechende Bohrungen im Seitenrahmenprofil vorgesehen, um zusätzliche Ladungssicherungspunkte nachzurösten. Im Detail, die AS gibt es von einer Gewichtsklasse von 750 Kilo ungebremst bis zu 1800 Kilo, in verschiedenen Längen von 2,60m bis 3,75m, in der Breite von 1,55m bis 1,80m. Serienmäßig haben alle unsere AS, die 100 kmh, verbaut und entsprechend eine komfortable Hydraulik mit Handbedienung, um das Fahrzeug zu senken und zu heben. Zum Senken legen Sie den Wahlhebel entsprechend auf die Senkstellung, bauen einen kurzen Druck in der Hydraulik auf und entsprechend senkt sich das Fahrzeug, sodass Sie bei einem Auffahrwinkel von 5 Grad problemlos Motorräder, Rasenmäher, Quarz, Kehrmaschinen oder sogar kleine PKWs transportieren können. Besonders zum Transport von PKWs ist es von Vorteil, dass sich der Kotflügel komplett nach hinten wegschwenken lässt. Somit haben die Türen beim Öffnen des Fahrzeugs maximale Freiheit. Serienmäßig bei allen AS ein 500 Kilo Automatikstützrad mit Rangiergriff, um das Fahrzeug sicher abzustellen und zu bewegen. Zum Befahren auf die Ladefläche klappen Sie den Kennzeichenträger entsprechend mit einem Handgriff zur Seite weg, sodass die maximale Breite des Fahrzeugs zu nutzen ist. Die stabile 18 mm Siebdruckplatte ist Ihnen hilfreich beim Transport von verschiedenen Fahrzeugen, aber auch bei Gegenständen. Durch eine Erweiterung im Zubehör, durch einen Bordwandaufsatz oder durch ein Planengestell lässt sich das Fahrzeug noch individuell auch für Heim und Garten für Sie nutzen. Das ist unser neuer AS Facelift 2020. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit. Reisungsfristet Vielen Dank.